Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships mit mir Benoschi und heute mal wieder mal mit der Independence. Die wollen wir mal wieder ins Gefecht bringen. Ja, der Norden soll es sein. Schauen wir mal was draus wird. Ja toll, schon wieder bewegen sich alle und ich wieder mal nicht. Also, ach man, was ist das nur? Na, jetzt geht's los, okay. Wenigstens mal etwas. So, so, zack, zack, zack. Achso, ist er schon. Gruppe 2, erwähnt die Instruktionen. Gruppe 3, behältst du den heutigen Kurs. Gruppe 3, steigst du für die Instruktionen, über. Gruppe 2, erwähnt die Instruktionen. Gruppe 4, ausgerüstet. Dann gehen wir doch einfach mal auf die Suche nach dem Flugzeugträger, ne? Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir da irgendwo was finden. Gruppe 3, steigst du für die Instruktionen. Gruppe 4, steigst du für die Instruktionen. Gruppe 2, wir sind unter attack. Gruppe 3, steigst du für die Instruktionen. Gruppe 3, steigst du für die Instruktionen. Gruppe 3, steigst du für die Instruktionen. Gruppe 2, wir sind unter attack. Gruppe 4, beherrscht du für die Instruktionen. Gruppe 3, steigst du für die Instruktionen. Gruppe 4, steigst du für die Instruktionen. Die Instruktionen haben die Leid genommen. Komm, mach ihn fertig, hol ihn runter. Gruppe 2, Target destroyed. Gruppe 2, stand bei für die Instruktionen, over. Ich wollte gerade sagen, ist es mal ein Wunder, dass sich einer abgeschossen wurde, aber leider doch. So, aber ich werde jetzt doch mal meinen Flugzeugträger hier ein bisschen mal in Sicherheit bringen. Oh, verflixt und zugenäht. Was nähert sich denn da? Jawohl. Ha, abgeschossen, schnapps gesoffen. Hehehe. So, komm hier mal meine Flugzeugung aus dem Knick. Wir sind unter Attacken. Group 3, wir sind unter Attacken. Ach, verflixt. Geht die Munition aus. Ah. Wann der Schuss? Ja ja, mein Gott. Ach, Mensch, kommt schon. Macht mal ein bisschen hin hier. Das ist natürlich mal wieder super hier. Insgesamt gerade mal drei Schiffe sind zerstört worden. Ey, das kann ja wieder dauern hier. Aber wie ist es mein Bomber gleich wieder bereit? Dann gleich mal die Jäger nach hier unten jagen. Oh, der rammt die Insel. Nee, war scharf dran vorbeigezogen. Hat der Endmuzzle. Oh, er hat mich erkannt. Oh. 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 Group 2, awaiting instructions. Group 3, standing by for instructions, over. Er tummeln sich hier alle hier hinten rum. Ja, das ist doch... ... ... auch auf einmal auf 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 6 7 9 9 10 5 6 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 12 12 12 13 14 12